. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung «Tele Blocher». Sie sehen es im Wetter, wir sind heute sogar ein bisschen früher unterwegs. Man kann ja mal sagen, wie wir diese Sendung machen. Heute Morgen am 6 Uhr, oder? Heute Morgen am 6 Uhr, ja. Es ist noch ein bisschen feinster, es ist halt die Sommerzeit, oder? Nach der Winterzeit wäre das ja morgen am 5 Uhr, oder? Jawohl, ja. Also, die Welt ist noch ruhig, oder? Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Ja, nicht verdammt, jetzt ist sie sogar noch ruhig. Also, jetzt in der Ferienzeit ist das Zürich Seeufer eigentlich ausgestorben. Die einen, die mit dem Flugzeug in Asien und in Amerika. Eben mit dem Flugzeug? Ja, selbstverständlich. Also, da merkt ja niemand etwas, dass man nicht fliegen soll. Und die anderen sind lange vor dem Gotthag gestanden. Mit dem Auto? Mit dem Auto. Und wir sind eigentlich hier zuhause. Also, wir sind in Herlibert. In der Ferien. Es ist wunderbar da. Eben, sie bleiben da, glaube ich, jetzt, oder? Ja. Also, jetzt gehe ich noch ein paar Tage, wo ich schlafe und irgendwo hin. Also, nur eine Woche zusammen. Ich gehe mit dem Zug. Aber nicht wegen dem Klima. Ich wollte also nicht hören. Aber ich wollte mal die Bernina-Bahn wieder in die Bernina-Bahn fahren. Und das ist ja ... Die Räti-Spanisch ist ja ein UNESCO-Welt-Erbe. Also, ganz etwas Besonderes. Und ich bin schon lange nicht mehr mit dieser Bahn über die Bernina gefahren. Das ist etwas Wunderbares. Zuerst das Engadin und dann runter ins Buschlaf. Also, über den 1. August reden. Haben Sie, glaube ich, auch noch ein paar? Reden wir dann auch noch. Wo sind Sie da ja unterwegs? Ja, ja. Mache ich nur noch zwei von jetzt an. Mache ich nicht mehr vier. Früher haben Sie mal acht. Ja, ja, ja. Fünf. Fünf ist Rekor. Fünf weh habe ich nicht gemacht, weil das hört dann nicht mehr auf. Man sollte da nicht noch geschwinde angehen, aber reden halt wieder fort. Aber am 31. Juli in Arborn, im Kanton Thurgau. Und am 1. August habe ich ausgewählt Winterthur-Sea. Also eine städtische Gemeinde und eine etwas Landschaftsbevölkerung. Und das muss lange. Mhm. Wie viele Anfragen kommen jetzt hierüber? Oh, du weisst es. Ich habe es noch nie erzählt. Also ich habe viele Anfragen. Und dann lese ich ein wenig aus. Aber nicht nach Sympathie, sondern sagen, wo bin ich schon gewesen? In der letzten Zeit und so weiter. Ah, jetzt gehe ich wieder einmal hierher. Und eben ein wenig städtisch und ländlich. Und am liebsten geht man natürlich schon in den ganzen ländlichen Gebieten. Und da ist die Versuchung immer gross. Also z.B. auf der Alpen, auf Lumserberg, weil ich schon zweimal war. Das war das letzte Jahr. Aber da kann ich nicht immer wieder gehen, auch wenn es schön ist dort. Also, 1. August reden wir natürlich noch in der speziellen Sendung in dieser Woche. Was mir ein wenig aufgefallen ist, es gibt wieder viele Reaktionen auf jede Sendung, die wir haben. Oder haben Sie mir gerade gesagt? Ja, ich staune immer, dass es Reaktionen gibt. Z.B. bis letztes Mal haben wir doch die Sendung aufgenommen. Hier im Garten. Und dann haben sie angefangen zu arbeiten. So bauen sie nebenan. Und dann habe ich gesagt, ja, da ist ein guter Baulärm da. Das ist der Eigenbau, den ich mache. Sofort haben sich alle interessiert, was gebaut denn dieser hier. Und dann ist eine Anfrage von einem Internet-Sender. Ein Internet-Portal, ja. Ja, der heisst Nau oder so etwas. Nau.ch. N-h-u.ch, ja. Jawohl, ja. Und er hat da eine grosse Sache gemacht. Er hat mir Fotos geschickt. Heute mit der Drohne. Du kannst ja alles fotografieren. Ah, der ist nachher gerade mit der Drohne über ihr rausgekommen. Ja, das weiss ich nicht. Er sagt nicht, er sei es gewesen. Er sagt, er hätte es zugeschickt bekommen. Aber da, du musst ja schauen, da läuft ja niemand. Weil ich weiss, er habe mir sofort gesehen, wenn das aufgenommen worden ist. Er sagt, ich habe mir gerade, bevor er es geschickt hat, ist es aufgenommen worden. Ja, aber haben Sie das gemerkt? Ja, weil es hier vorne ist ein Bodengeleit. Und der ist erst noch nirgends alt, oder? Also ich kann ja das sagen. Also, die Michaela kann die Unruhigung wegnehmen. Es wird hier gebaut, nebenan. Hier unter dem Boden. Hier mache ich Lagerräume für das Ding. Für Bildersammlung. Da sieht man nachher nichts mehr. Das wird dann zugedickt. Jetzt sieht es natürlich aus, wie wenn das hier etwas Grosses würde. Also wird zugedickt. Und dann gibt es Bürgerräumlichkeiten. Ich habe ja auf dem Grundstück, da wohne ich nicht nur. Da hat es auch Bürgerräumlichkeiten. Die gehen aber von unten her. Da geht man hier hin. Jetzt schon. Und jetzt, ich habe mein Büro in Mellendorf. Das verlege ich jetzt hier hin. Und dann gibt es noch ein Haus mit zwei Wohnungen. Und das ist das ganze Bauvorhaben. Also nichts sehr Spektakuläres. Ja gut, aber diese Lagerräume, das ist ja nicht nur ein Lager für Bilder. Da werden hier Bilder präsentiert. Ja nein, es ist ja schon ein, also es ist ein öffentliches Museum. Ja klar, aber... Es sind Lagerräume. Aber Lagerräume kannst du ja bestellen und ziehend einbremsen. Gut, aber das werden sie nicht machen. Nein, das ist ja auch ungerecht gegenüber diesen Bildern. Genau, ja. Die Bilder haben es verdient, dass sie schön aufgehängt werden. Und es gibt Lagerräume, wo Bilder aufgehängt werden. Weil man muss ja sehen, ich lege die Bilder oft aus. Also auch international. Und ähm, in der Schweiz und in den europäischen Staaten. Jetzt eben in Amerika. Tokio ist es schon gewesen und so weiter. Und jetzt, bevor man diese Bilder in die Ausstellung gibt, rufen sie an und sagen, sie haben doch das und das Bild. Könnten wir es nicht haben? Ich denke, ja. Können wir sie mal anschauen? Oder? Es muss ja einer in der Natur sehen. Jetzt kann man das zu einem Gestell ausnehmen und anheben. Und sonst sieht man es an der Wand, wie das aussieht. Und dann können alle Leute auf der Welt an diesen Bildern eben auch Freude haben. Und das ist ja so, man sagt Schaulager. Das ist so eine Verbindung zwischen Lager und Museum. Aber es ist nicht öffentlich zugänglich. Aber es gibt also auch öffentlich zugängliche. Auf diesem Grundstück darf man nicht ein öffentlich zugängliches Museum machen. Also gerade von der Gemeinde her nicht. Ja, ja. Ich weiss es nicht. Ein paar Hundert. Ich erzähle es nicht. Also einfach vor allem, wir haben es schon darüber gesprochen, Schweizer Kunst vom letzten Jahrhundert. Thematisch. Ja, also es ist 19. Jahrhundert. Schweizer Kunst. Und im Mittelpunkt steht der Ranker und der Hodler. Das ist der Hauptteil. Aber es hat andere. Also Amiet und Dietrich und Koller und Giacometti natürlich. Segantini, ja. Alle, die in diese Zeit gehören. Aber von denen nicht die grösste Zahl. Also es ist einfach die Abrundung von diesen Künstlern zur selben Zeit. Und ich finde das schön. Wobei, ich wollte nie eine Sammlung machen. Ich habe einfach Bilder gekauft, wo ich Freude hatte. Und mit zunehmendem Vermögensverhältnis ist es klar gewesen, dass ich mir auch bessere Bilder leisten konnte. Ganz am Anfang haben Sie ja, glaube ich, das ist auch interessant, wo die Wirtschaft noch nicht so gut gegangen ist, haben Sie wieder Bilder verkaufen? Ja. Also es ist ja so. Ich hatte immer Freude an Bildern. Aber ich hatte kein Geld. Als wir geheiratet haben, haben wir schöne Bilder aufgegriffen, aber alles Drück. Ja, die Beobachterdrücker waren da früher. Ja, ja. Beobachterdrück vom Anker. Dann war es schon ganz gut. Dann konnte ich ausschneiden und Träume machen. Das hat es schon meinem Vater gemacht. Und da habe ich wahrscheinlich auch meine Freude zu machen. Aber auch Hoterdrück hatten wir schon zu Hause. Und wir, als wir geheiraten sind, haben wir vor allem aufgehängt von Picasso aus seiner blauen und roten Periode. Also auf der Anfangszeit teile ich von ihm. Und da hatte meine Frau vor allem grosse Freude daran. Ich auch. Ich finde es schön. Und dann drückte ich von Hodler und den Anker. Und dann habe ich angefangen, wie man das macht. Also erst einmal eine originale Zeichnung, oder? Das kostet dann noch nicht so viel. Das kostet vielleicht 2'000 Franken oder so. Das war wunderbar. Und dann kann man sich mit der Zeit mehr leisten. Und dann leistet man sich halt mehr. Und dann auf einmal haben sie gesagt, das sei eine Sammlung. Ich wusste immer nicht, ich weiss es heute eigentlich noch nicht recht. Wann ist es eine Sammlung? Und ich halte mich am volkstümlichen Begriff. Eine Sammlung ist dann, wenn man mehr Bilder hat als Wände. Und das trifft jetzt also zu. Darum muss ich jetzt noch neue Wände machen. Das ist eigentlich die Hauptsache. Die Wände. Dass man schön aufhängen kann. Also haben wir die Frage angeklärt. Gehen wir auf diese Woche zurück. Es ist doch noch viel passiert, trotz Sommerzeit. Die EU hat eine neue Chefin. Ich glaube das erste Mal. Das ist die Frau von der Leyen. Wird sich jetzt, und das ist ja die Frage in der Schweiz interessiert, wird sich für unser Land etwas ändern? Ich glaube nicht. Man muss ja sehen. Der Willen, den die EU hat, die Schweiz einzupacken. Der wird bleiben. Und da gibt es auch kein Land der EU, das dagegen ist. Ein kleines Land, ein reiches Land, das zahlt. Das ist das Wichtigste, oder? Ja, über das spricht man nicht. Aber das ist der Hauptgrund. Zahlen. Und wenn sie England verlieren, verlieren natürlich die EU einen wichtigen Zahler. Denn England zahlt. Und sie hat nicht mehr viele Nettozahler. Also Deutschland zahlt noch. Das ist die Hauptsache. Frankreich. Das ist schon fraglich. Italien. Schon fraglich. Das sind die grossen Gründerstaaten. Und wenn sie England draussen haben, zahlt natürlich Deutschland die Hauptlast. Und die sind eigentlich am meisten auch interessiert, dass wir kommen. Und er mitzahlen hat. Ja, ja. Sie sind nicht die Härtesten, die drücken. Weil Deutschland weiss immer, mit der Schweiz hat man gute Verhältnisse. Aber die Franzosen sind am Härtesten. Oder es ist klar, ja. Das ist auch das Empire. Und der Mann kommt, wenn man den jetzt anschaut, in der Entwicklung. Das merkt man. Das Königtum ist halt noch nicht weit weg. L'état c'est moi. Das ist halt einfach Mentalität und zentralistisch. Und das wird bleiben. Aber interessant ist die Machtverteilung, die sich hier abwickelt. Es ist natürlich Frankreich und Deutschland, die das geschaukelt haben. Weil, ähm, es sind ja nicht nur der Präsident der Kommission, es ist ja nicht nur das, der Kommissionsvorsitzende. Und nicht nur der Juncker wird abgelöst, sondern auch der Präsident der Europäischen Zentralbank. und die hat natürlich die Währungsentwicklung, das Geld unter sich. Und da gibt es natürlich zwei Richtungen in der EU für den Euro. Die eine ist die Deutsche. Und die Deutschen sind ähnlich wie die Schweiz für eine strikte Währungspolitik. Die sagen, sie können nicht die Währung verpolitisieren. Weil wenn die Politiker die Währung in die Hände bekommen, machen die das, was ihnen politisch gerade nützt. Das merke ich jetzt in Amerika. Ich habe den Einfluss, den Herr Trump versucht zu nehmen, auf die amerikanische Notenbank. Und ist das gut oder schlecht? Ja, dass er einen anderen will, das finde ich nicht schlimm. Das er redet auch. Schlimm wird es, wenn sie es machen. Und Amerika ist sehr konsequent. Also, die lässt sich nicht reinreden. Ob er sich beeinflussen lässt, der Vorsitzende, das weiss ich nicht. Frankreich hat ganz eine andere. Der sagt, oder eben, l'etat se moi, Politik, ich bestimme als Staatspräsident, was du machen musst. Und das ist für Frankreich, wo wirtschaftlich nicht gut steht, natürlich eine grosse Versuchung, zu sagen, mach eine Währungspolitik, damit es uns wirtschaftlich gut geht. Und das heisst, eine schwache Währung. Schwache Währung. Das sind viele andere hier, die verlieren mit einer schwachen Währung. Alle Sparer. Alle Sparer verlieren, aber die haben ja kein Lobby. Das ist ja bei uns auch so. Wenn wir schauen, dass der Franken nicht zu stark ist, dann ist die Exportindustrie keine starke Währung. Die haben ein Lobby. Aber der Sparer, die Pensionskasse, die können sich nicht durchsetzen. Nein, die haben ja fast keinen Zins mehr. Darum kommt ja nichts mehr über für das Geld. Und... Macron hat natürlich gesagt, dass er für uns, die Franzosen, ist natürlich viel wichtiger, dass wir diese Bank haben. Das sagen sie natürlich nicht, aber das merkt man gut. Und der hat jetzt die Franzosen in der Tat zu tun, die natürlich für so eine Währungspolitik da ist. Also Sie meinen, das ist sogar der wichtiger Entscheid als die Franzosen? Ja, natürlich. Natürlich für die Franzosen. Und er konnte damit den Deutschen weghaben, weil im Vordergrund ist gestanden, eine hervorragende Zentralbanker von der Deutschen Zentralbank, heißt der Weidmann. und der hat eine klare, klare Vorstellung über die Währungspolitik. Und der ist ja weg, oder? Ja, der ist ja weg. Und jetzt bringt man den Eleganten weg, oder? Man sagt, für die Publizität der Wichtiger, oder? Für die Publizität. Ja, klar, klar. Die Frau von der Leine, ja. Das ist ja der Tag von mehr Jungen, der. Und dann nimmt man eine. Und dann erst noch aus der Partei, wo einer gewesen ist, der Weber, der ist ja CSU, der hat also auf das gearbeitet. Und jeder hat gefunden, mal, die sind jetzt die grösste Fraktion. Der kommt jetzt. Dann schaut man, dass man aus der gleichen Fraktion einen nimmt. Dann kannst du nicht sagen, du bist gegen die Fraktion. Und, wir schauen, jemand, wo man vielleicht Frau Merkel auch noch gewinnen könnte. Und die Frau Leine, die ist ja eine angeschlagene Ministerin. Weil sie das, das, äh, das, äh, das Verteidigungsdepartement, die, die Militär, hat sie, ja, nicht im, ob das hier ein Fehler ist, oder nicht. Das ist ja auch ein schwieriges Departement. Auch bei uns, aber in Deutschland natürlich noch besonders mit dieser Vergangenheit. Und da hat es auch immer einen Skandal, das ist ja klar, in solchen Dingen, ist immer etwas geheimlos. Und, äh, ich weiss es nicht, ob sie es so schlecht gemacht hat, aber auf jeden Fall sind sie froh gewesen, dass sie sie dort rausnehmen können. Und sie hat das scheinbar sehr gefreut. Sie ist ja, so ein bisschen, äh, ja, eine, die ein bisschen Sinn hat für die Publizität. Und, so sind dann die Pösten verteilt. Man sieht natürlich schon auch die, die intellektuelle Fehlkonstruktion von der EU. Die ist natürlich anfällig, dass die Grossen das Zeug machen. Und darum ist sie auch, sie ist ja sehr schwach gewählt worden. Also da innen hat es grosse, grosse Zerrüttungen da in der EU, dass man für so einen Posten kann ja eigentlich, oder politisch, kann ja nicht so viel machen. Der Ministerrat ist ja eigentlich, auch nicht das Parlament, der Ministerrat. Und dort sitzen dann die Minister und dort befehlen die zwei Grossen. In England draussen sind ja auch noch drei von den Gründerstaaten und einer ist Italien und der macht sowieso, was er will. Der kann auch machen, was er will, weil er weiss genau, die können mich nicht fallen lassen. Aber es ist ja gleich interessant, wenn wir die Schweizer Presse anschauen, dann heisst es immer, er ist ein Freund der Schweiz oder kein Freund der Schweiz. Spielt das überhaupt eine Rolle? Nein, nein, es spielt natürlich schon eine Rolle. Ich kann nicht sagen, ihnen keine Rolle. Es ist gut, wenn man gute Verhältnisse hat mit den Leuten. Und vielleicht in der Schweiz ist es am besten, wenn man nicht zu viel, sie meinen immer, wenn ich viel anreise und mit denen sprechen kann, dann hat er immer zwei Seiten. Du kannst auch einen schlechten Eindruck machen, wenn du kommst. Und mit dem rückt die Schweiz in dieser Diskussion so im Mittelpunkt. wir haben gar kein solches Interesse als Kleinstaat. Der Grinde immer oben rauszuziehen. Und dann noch zu sagen, wir sind gar kein Kleinstaat. Er kann es nicht verstehen. Er kann es nicht verstehen. Also, wir sind Schweizer Unternehmer weltweit. Wir sagen doch jedes Mal, wir sind natürlich eine kleine Stadt. Und ja, ihr habt einen grossen und ihr habt natürlich viel mehr Dinge. Aber wir schauen auf die Welt. Man kommt bescheiden dorthin und nicht hochnässig. Aber in Mindern muss man natürlich Selbstbewusstsein schon haben. Sonst wird man überfahren. Jawohl. Wir werden nächste Woche nochmal über das Thema reden. Ein Thema, das jetzt auch nicht mehr so in der Schlagzeile ist. Das ist der berühmte Rahmenvertrag. Können wir wieder mal einen Zwischenstand machen in der nächsten Sendung von TeleBlocher. Da reden wir auch ein bisschen über die wirtschaftlichen Aussichten. Da passiert auch einiges. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Wir sehen uns nächste Woche zur gleichen Zeit auf dieser Station. Das wissen Sie ja. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. os sempre abschneiden mit das die